Schon gewusst, dass das Wifi Vorarlberg als Bildungseinrichtung der Wirtschaftskammer der Marktführer in der beruflichen Erwachsenenbildung ist? Dass hier im Jahr 2018 1800 Kurse mit etwa 19.000 Teilnehmern und 900 Trainern aus der beruflichen Praxis stattfanden? Dass beim Wifi über 100 Lernräume wie Seminarräume, EDV-Räume oder Werkstätten auf modernstem Stand verfügbar sind? Dass jährlich etwa 170 spezifische Fachlehrgänge angeboten werden, die mit einem anerkannten Wifi-Diplom enden? Und dass es am Wifi Vorarlberg verschiedene Masterstudiengänge gibt, die in Kooperation mit vier Hochschulpartnern aus ganz Österreich durchgeführt werden? Untertitelung des ZDF für funk, 2017